Und herzlich willkommen zurück zur vierten Map von Doom 2 Vanilla. Let's go! Die erste Map, die ich hasse. Und danach kommt vielleicht die nächste Map, die ich hasse. Also ob jetzt geht die Map los, die ich hasse. Wobei Divi sagt, die hier geht's noch, aber es wird's halt. It's getting worse. So, wenn ihr grad nichts gesehen habt, seid froh. Ich hab auch nichts gesehen. Diese Map ist halt scheiße dunkel am Anfang. Oh, wow. Cool. Oh, wow. Oh. 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 Was? Arschloch. Ich frage mich gerade, ob man auf YouTube überhaupt noch etwas sieht, weil es ist halt echt scheiße dunkel, hier ist halt eine Tür, da ist eine Mauer, da ist eine Mauer, aber ich habe halt keinen Plan, ob man das auf YouTube noch sieht, weil die Sache ist, ich nehme meine Videos halt immer in hoher Qualität auf, das heißt auf meinen Videos nicht genau das, was ich jetzt auch sehe, aber es bringt nichts, weil ich mache halt hohe Qualität, Lass halt ein Tor, braucht dafür drei Stunden zum Hochlanden und dann macht YouTube, nee, dass da eine Tür ist, muss keiner sehen, das können wir wegmachen, einfach schwarz. Danke dafür. Auch eine Art der Zensierung. So, hier ist, brauchen wir das noch nicht? Wir sind voll und glücklich und überhaupt. So, habe ich den Knopf gedrückt? Ja, habe ich. So. Ich meine, seriously, man sieht hier drin einfach nichts. Wer hat sich diese Mäß ausgedacht? Okay. Ach, schrösser. Ach, schrösser. ach so wichtig für alle die die speedrun machen also auch für die die speedrun machen also auf jeden fall für alle die die alle sequels immer haben wollen wenn ihr runter geht müsst ihr langsam runter gehen oder etwas langsamer also nicht direkt 100 prozent sprinten weil hier ist der trigger line und wenn man hier rüber rennt dann kann es sein dass dieser trigger line hier ignoriert wird dann kommt man halt ja dann wundert man sich halt warum man nicht alle sequels habt und deswegen hier aufpassen wollte ich nur erwähnt haben ist so grundwissen für jeden speedrun zum beispiel die auf uv max spielen dass man das berücksichtigen muss so jetzt kommt der erste böse blöde raum ich hab euch alle tschüss kommt mal her was are you fucking kidding me seid die doppeläufige na kommt hier wird er sich schon her thanks das dauert mir zu lange hier so was das schalter nicht dann einmal hier hin da bin ich schalter sehr schön so dann holen wir mal schnell ein bisschen munition hier ähm ach komm wir können ja hier noch das liquid noch ein bisschen mitnehmen so dann haben wir noch mal schön und ein bisschen danke danke und perfekt easy gut dann war das auch schon wieder mit äh ja doom 2 für diese woche wie gesagt waren halt die ersten vier maps die waren halt ultra kurz allesamt ähm wollte gerade sagen eine kurze ist da als die andere aber so schlimm was zum glück ist doch nicht ähm ja von daher ab nächster woche wird es dann hoffentlich ein bisschen ein bisschen ein bisschen völliger rara quasi so völlig wie ich ähm ja ok gut in dem sender würde ich mal sagen der sehen wir uns ab morgen wieder zu meinen klonen let's play ähm ja und für die die halt nur doom gucken wobei meine doom videos werden in letzter zeit irgendwie gar nicht geguckt äh dumm ist halt auch so ein edition produkt also ja mal schauen egal feierabend tschüss